Käthe Jenicke Manchmal im Filmabspann auch als Käthe Jenicke gelistet war eine deutsche Theater- und Filmschauspielerin. Beruf Die gebürtige Danzig Erin hatte mit 18 Jahren Schauspielunterricht erhalten und wenig später erste kleinere Auftritte am Theater in Gießen, absolviert. Mit Beginn der 1950er Jahre wurde Fritz Remond der wichtigste Förderer Käthe Jenickes an dessen Frankfurter kleines Theateramt so sie auftrat. Später spielte Käthe Jenicke auch in Berlin und arbeitete mit Theatergrößen wie Erwin Pisketer und Rudolf Nölte zusammen. Außerdem sah man sie am Renaissance-Theater und am Nationaltheater Mannheim. Einem größeren Publikum bekannt wurde die Blonde, oft als Küchenhilfe- oder Dienstbotenagierende und teilweise mit ostpreußischem Dialekt sprechende Mimmin als Faktoturm Ländchen in der Fernsehserie »Alle meine Tiere« in der Fernsehserie der 1960er Jahre »Die Firma Hesselbach« war sie in einigen Folgen als Sekretärin Fräulein Sauerberg zu sehen. Den Spitznamen »Das Suppenhuhn« erhielt sie aus der Serie »Kleinstadtbahnhof« »Neues vom Kleinstadtbahnhof« und dieser sollte sie auch weiterhin begleiten. Im Kino spielte Käthe Jenicke zuerst in dem 1959 entstandenen Streifen »Der letzte Fußgänger« und später auch in »Willi, der Privatdetektiv«. Hauptsächlich wurde Käthe Jenicke auf der Leinwand als Nebendarstellerin beschäftigt. Doch als Mutter Traczynski in der Blechtrommel-Verfilmung war sie ebenfalls erfolgreich. 1984 spielte sie in dem von Antonio Skarmita gedrehten Film »Abschied« in Berlin zusammen mit ihrer Tochter Anja Jenicke und verkörperte eine chilenische Großmutter. Synchrontätigkeit Als Synchronsprecherin Lisi U. A. Carol Burnett, Glynis Jons, Elsa Lancaster, Angela Lansbury und Julieta Massina ihre Stimme. Kinderbuchautoren Neben ihrer Schauspielkarriere verfasste Käthe Jenicke auch ein Kinderbuch. Der Roman schildert humorvoll die sozialen und kulturellen Unterschiede zwischen den Bewohnern eines Mietshauses. Dabei werden zeittypische Konflikte der bundesdeutschen Gesellschaft wie der Umgang mit Gastarbeitern oder langhaarigen Studenten beleuchtet. Privat Anja Jenicke, die Tochter der Schauspielerin, hat ebenfalls den Schauspielberuf ergriffen. Käthe Jenicke verbrachte ihren Lebensabend in einem Münchner Altersheim und verstarb dort am 1. November 2002 Im Alter von 79 Jahren Ihre letzte Ruhestätte befindet sich auf dem Münchner Ostfriedhof. Filme und TV-Auftritte 1959 Das Blaue Meer und Du 1959 Der letzte Fußgänger 1959 Marie Lee 1960 Willi, der Privatdetektiv 1960 Ich schwöre und gelobe 1960 Die Firma Hesselbach 1961 Unser Haus in Kamerun 1961 Davon träumen alle Mädchen 1961 Heute gehen wir bummeln 1962 Tunnel 28 1962 Alle meine Tiere 1965 Serafin oder die wundersame Geschichte der Tante Flora 1965 zu 1966 Unser Pauker 1968 Das Kriminalmuseum Die Postanweisung 1970 Wir 2 1970 Das kann doch unseren Willi nicht erschüttern 1970 Mord im Fahrhaus 1971 Drüben bei Lehmanns 1971 Doppelgänger 1972 Kleinstadtbahnhof 1973 Neues vom Kleinstadtbahnhof 1973 Lokaltermin 1975 zu 1991 Derrick 1978 Holocaust Die Geschichte der Familie Weiß 1979 Jauche und Lefkojen 1979 Nachbarn und andere nette Menschen 1979 Die Blechtrommel 1980 Nirgendwo ist Pönigin 1980 Derrick 1980 zu 1986 Der Alt 1981 zu 1988 Polizeiinspektion 1 1982 Tatort Wattrecht ist Muttrecht blieben 1984 Abschied in Berlin 1986 Bittere Ernte 1988 Ein Fall für zwei Man lebt nur einmal 1989 Gummibärchen küsst man nicht 1989 zu 1990 Spreepiraten 1992 Die große Freiheit bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF . Die Vom din Untertitelung Das Marsch